Am 10. Januar ist es wieder soweit, es jährt sich der Tag der Zimmerpflanze. Zu den beliebtesten ihrer Art gehören in Deutschland die Orchidee, der Fikus und der Gummibaum. Der Houseplant Appreciation Day ist eine Erfindung der Internet-Community The Gardener's Network, ein Webportal, auf dem Pflanzenfreunde Tipps, Know-how und Erfahrung austauschen können. Der Tag der Zimmerpflanze reicht sich in die Liste anderer botanischer Feiertage ein. Es gibt zum Beispiel den Tag der Rose, den Pflanz-eine-Blumetag und den Ehrentag des Unkrauts.